was war das liebe freunde willkommen zurück zu ultimate just a revolution wir zurück hier bei drei fights und ich nehme direkt mal so mit kuren ein und das es bringt doch das bringt sie mir schon oder der tilt ist glaube ich noch geil von ihm das ist so nach vorne rahmen und dann zu mit der echten hand zu entfauscht so mit seinen mit seinen klingen da mit dem wind klingen oh one support sehr interessant ganz interessanter gegner ich gehe mal schwer davon aus dass er jetzt natürlich einer der der jump canceln items werfen weiss ich was also nehme ich mal an und awake ja genau okay was war das jetzt warum lässt er sich treffen mann das hat reingebillt wird alter Boah, Alter, der Azuma geht ja übelst ab, man Was? Ha Nein, das gibt's nicht So ein Arsch, Digga Schade Okay, das ist episch, Alter, das ist echt episch Ja, wahrscheinlich Schildbreak, oder? Ah, fuck, so spät geht der, Alter Was, das war immer noch das Jutsu von der? Muss ich mich hier komplett verraschen? Ja Alter, Azuma geht voll ab Oh, shit Aber am Anfang, Alter, das ist voll zerstört Heftiger Shit Heftiger Shit Ich glaub, den muss ich öfter spielen, Mann Ja, ich weiss, wahrscheinlich ist er assi, aber Weil er halt sucht Das ist wie der junge Keeper, der wechselt einfach die Richtung Sehr gut, bis zum nächsten Fight Ja, liebe Freunde Ein neuer Gegner ist gefunden Ein neuer Herausforderer Und Ich glaub, ich werd jetzt immer eine Sitzung anlegen Es geht irgendwie schneller, besser und ist ein bisschen zuverlässiger Äh, ich nehme Ich nehme Oh ja, voll, Alter Sieg kein Warnsupport mit denen Scheißegal Ist der Till nicht mehr so OP, glaub ich Oh, mein Lieblings-Map Die ist voll schön Die ist voll schön Scheiß Anfällt sich, könnte fast Man, könnte fast meinen, dass er Shanks eingeben wollte Aber hat sich vertippt Aber ich glaub nicht Ja, Mann Mit Kakashi spielt der Ja, fuck, dass er das nicht mehr erreicht Ja, Spammer oder was Glück gehabt Ja, da würd ich mal sagen Okay, das war jetzt Wow, das hat sogar getroffen Da kann man voll die geile Koma machen Ja, geht doch Ey, das ist auch voll geil Ja, ich war zuerst Ha, geil Komm schon, Leute Oh, was war das, ey Oh, ich hasse Jumper Laka Okay, wieder Hilfe ist von ihm futsch Okay Nein Nein Wie logisch war Nein Ich wollte Ich wollte raus Okay Okay Okay, okay Ja, ja Ja, ja War jetzt nicht so der Pro, würde ich's mal sagen Aber er hat's probiert Ja, wir haben ja fast ein Leben abgezogen, Mann Der Typ Okay, schön Ich bin immer so ein bisschen an 16.000 und das ist unglaublich Bis zum nächsten Fight Liebe Freunde Liebe Freunde Ein neuer Sasuke Ushia ist gekommen Oh, Sasuke Ushia Hm Ich weiß gar nicht, ob ich die Tasche nehmen soll Aber ich nehme mal Shizui, glaube ich Odin? Ich nehme Sai Ich nehme Sai Oh, komm schon mit Yamato, bitte Oh, komm, mach ich einfach mit Yamato One Support Ich kotze mich jetzt gerade Einen coolen Grab Also, er geht weit Zählt Ah, sind's die Tiger Stimmt, das ist auch geil Ist nicht schlecht Äh, ja Und er hat coole Schuriken Aber ich weiß nicht, ob die so lange stun Ich glaube nicht, das haben sie rausgenommen Bin mir aber jetzt nicht ganz so sicher Dass die jetzt alle aufeinander kommen Und nicht mehr nacheinander Werden wir gleich mal sehen Wäre ein bisschen schade Weil mit dem konnte man recht gut arbeiten Was zum Junge, was machst du? Hey Leute, könnt ihr dich erinnern? Letztes Mal Okay, jetzt Oh, jetzt hab ich's Jetzt hab ich's so viel gesagt Schön Ja, fuck Da hat er mich Okay, das ist Madara Stärke Dass man nicht reinkommt Wie jetzt zum Beispiel Äh, egal Wenn ich das jetzt nicht mehr hätte blocken können Ja, guckt's euch an Was ist das bitte für eine Prio, die er hat Das ist ja voll assi, Alter Glück gehabt Okay Die Luftcombo wussten wir Das ist ja Von Sai immer ein bisschen kritisch Geht doch Habt ihr das gesehen? Das ist so lächerlich, Alter Okay Okay Jetzt hat er wieder die Oberhand Danke fürs Blocken Danke fürs nicht Jump Cancel Sai Danke Schade Jetzt hab ich's ein bisschen verkauft Okay Jetzt hat's mich getroffen Okay Ah, fuck Ah, fuck Okay Nice Nice, nice GG Der war gut Der war gut Nicht schlecht, nicht schlecht War jetzt ein bisschen Ja Ja, ich muss Ein bisschen Ich hätte jetzt noch üben müssen Mit Sai beim ersten Hit Zu Jump Canceln Weil er hat eins Und dann hat er zwei Hits Bis er Jump Canceln kann Das ist zu lange Boah, wie gesagt 100, Alter Habt ihr gesehen Das bringt ihm voll nichts Äh, aber Das soll ja nichts zur Sache machen Liebe Freunde Das war's hier mit den 3 Battles Ähm Ja Ich versuche jetzt wirklich Noch mehr Revolution Wieder ein bisschen zu bringen Halt normale Online Fights Wieder ein bisschen Wird ja auch ein bisschen Wieder reinkommen Und ähm Ja Dann Bis zum nächsten Mal Leute Ich hoffe euch hat der Part gefallen Und Das war's eigentlich schon Euer Impact Rider Tschüss zusammen